Moin Leute, willkommen zurück hier im Knast bei Trouble in Terroristown. Mit dabei natürlich Shigo, Dalu, Kunran, Maru, Fisk, Nils, Maxi und Toto. Schigo hat nämlich Juli umgesteuert. Ich hab ein Schmähgedicht geführt, du auch. So läuft das. Ich hab noch bunte Haare. Fisk ist es, Leute. Ich kann nur leider nicht mehr blitzen. Fisk ist es, auf jeden Fall. Unförmig. Wer ist es? Dalu ist es, Dalu ist es, Dalu ist es. Kunran ist es, Leute. Er hat sich als Fisk gekleidet. Oh, Moin. Der Moin. Nur für eine random Time, Leute, nicht vergessen. Ne, für einen random Jump, oder? Ne, ne, für eine gewisse Zeit lang. Ich fühl mich so leid. Kunran. Kunran und Dalu jetzt töten einfach auch Kunran nur. Ich töte überhaupt keinen von den beiden. Wir leben beide noch. Ja, aber warum sagt denn keiner, wo ihr seid? In der Mitte des Knastes. Nein, wir sind unten jetzt. Welche Mitte? Er lügt! Hey, es ist Toto. Was? Ich hab ihn verloren. Ich hab ihn verloren. Toto und Kunran, Leute. Kun... Auf 56! Dalu lebt immer noch. Toto, warst du das oder nicht? Nein. Ich bin noch nie das Leiche. Ich hatte noch keine Zeit, da irgendwas zu confirm. Wer hat mir denn den Rücken geschossen grad? Mit Sicherheit Dalu, wenn du hier bei den Leichen bist. Hier hat jemand gesupert. Ja, war ich grad vorbeigerannt? Ja, dann war Dalu, Dalu ist hier irgendwo noch. Oder war hier. Irgendwer, ich glaub ganz oben ist das. Ich weiß, wo Dalu ist. Mit dem nächsten Boomerang. Ey, Alter, ich hab so viele Boomerangs. Aha, hier. Den hast du zurückbekommen. Der war schön Kunran. Danke für's. So, wer ist der? Alter, hier sind ja noch mehr Le... Halt, Vorsicht! Ich wurde eben angeschossen hier. Ja, das glaube ich dir nicht so richtig. Konfirm mal bitte die Leichen. Okay. Ich bin ja safe. Ja, ich weiß. Aber pass bitte auf mich auf. Maxi, Toto. Du hast auch einen Boomerang. Warum wirfst du den Boomerang nach mir? War doch Spaß. Nein! Jawoll. Ich hab's jetzt denn alle. Wir von diesen Boomerang-Dingern gekauft. Ich ging überall in den Nass rum. Ich hab ein Baby ins Gesicht gekriegt. Ist dir nicht aufgefallen, wie meine Leiche da in dem Container saß? Ich bin einfach abgehauen, ehrlich gesagt. Sie sah super. Ich hab sie gefunden. Die sah super aus, Nils. Nein, Nils. Ich hab den Wagen nach dir geschossen. Aber ich hab im selben Moment ein Brock-Kill geworfen. Okay. Und Game Freak, wenn das mit der Gravity kommt, das sollte über die ganze Runde gehen. Wenn's schon so selten kommt. Oder wenn ein oder andere ausgehen, sozusagen. Sollte nicht. Ne, ne. Du kannst die Gravity ja ausnehmen, um irgendwo hochzukommen. Aber wenn das random ausgeht, springe ich einfach gar nicht mehr. Fällst du rund. Also, was war das jetzt schon Geräusch gerade? Da liegt die Tasse! Ah, McFly hat's verpasst! Das ist egal. Das muss die Waffen weg. Warte, Schaff! Ah! Oh! Da hat man die Waffen. Da hat meine Waffe geklaut. Alter! Mordanschlag! Mordanschlag! Was soll die Scheiße, Fisk? Das war, war nicht ich. Ich hab doch keine Granate gewählt. Schmissen die Runde. Sag mal, gibt's hier keine Ahnung, woher war das? Nein. Ja, McFly war das. Der Breder. Du doch, die Schaff, die Waffen getroffen, du! Mongo-Fisch! Spielt! 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 Willst du eigentlich? Oh, einmal hier! Was? Du bist Ice-Knife? Ice-Cube? Ein Ice-Knife. War da oben. Das Köp. Warum geht dieses Regal hier? Ist das durchsichtig? Ne. Und das hier jetzt. Pass auf, dies ist gefährlich. Ja, ja. Ah, ihr Schocker. Wow! Ah! Es brennt! Es brennt hier überall! Es brennt hier überall! Es brennt hier überall! Was ist denn, wenn ein Gegenstand zu sehen ist, aber er nicht existent ist? Wie nennt man es? Weil durchsichtig ist ja falsch. Mimikrie! 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 Also zum Beispiel, da ist ein Regal und du kannst durchlaufen. Ah, es kommt rein! Das ist dann das Regal. Eine Illusion. Eine Projektion. Genau, eine Projektion. Projektion, ist gut. Projektion, Illusion. Mal langs vor dir. Wer war's denn jetzt eigentlich? Bodster! Wenn ich tot bin, ist es Bodster! Auf jeden Fall! Du hast gerade die Waffe gewechselt. Cheego! Ja, ist das verboten? Ja! Warum solltest du das tun? Weil mir jemand zu nahe kam, habe ich die Shot genommen. Ich hoffe, ich habe Cheego. Ja, und was hattest du vorher? Die Deagle. Deine Silent Sniper? Ne, ne, die Deagle. Ich habe Cheego erschossen, ja. Ich bin mein Nils. Nils. Du kannst gegen mein Movement nicht ankommen, Alter. Versuch's gar nicht. Das ist eine Herausforderung, Nils. Ja, ja. Call Detective. Yeah. Dein Movement ist viel zu Trackmania lustig. Da ist Nils hier auch schlecht. Na ja, guck dir mal die letzten Folgen an. Oh shit. Also was die Diskussionsrunden angeht, hast du die wenigsten Runde von der Community bekommen. Prost. Die Diskussionsrunden? Wo werden denn da Punkte verteilt? Ja, die Community bewertet nach, ja, unterschiedlichen Kriterien. Was zum? Und du kannest in den 90ern gar nichts. Das hat dich sehr weit nachdem gebracht. Der war eigentlich nicht da. Hey! Du hast gekauft. Nein, er hat gekauft. Ja, dann wäre die Runde zu Ende, du Nase. Ich weiß, er hat trotzdem gekauft. Fisk hat ihn erschossen. Ja, dann erschießen. Nein! Wo Tautor darf ich erschießen? Tautor erschießen. Auch wenn gerade ein Andran Baby geschossen hat, erschießt trotzdem Fisk. Neh mal die Leiche hier. Nein. Warum? Ich sag halt nur zum Detail. Fisk Maru, Leute. Es ist confirmed. Jetzt Maru oder Fisk? Nein, Fisk hat nur Kacke gemacht, aber Maru... Ich hab Kacke gemacht. Dann hat Kunran Maru getroffen. Ich dachte andersrum. Huch! Kunran ist ein Kind. Watch the models wisely, they say the truth. Das heißt, jeder der ein anderes Modelt plötzlich ist Traitor gewesen. Genau. Das war aber ein mega lag dadurch. Wahrscheinlich so ein kleines T oder sowas an einem Traitor oder so. Kannst du nicht mehr so machen? Oh, Nils. Oh, Nils. Oh, Nils. Ah, Fade. Ja, ja. Lol. Was? Lol. Nein, 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 nein. Nils. Jetzt, 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 Nils ey. Wir sind erstmal keine Knarren, keine guten. Das ist so dummisch. Lockenblock. Hinterher Nils, noch 10 Sekunden. Da muss man was gefunden haben. Oh, sieht ey kacke aus. Fünf. Alter. Gib doch die, die Tobi. Haha. Nein, nein. Halte die. Hotstar hat geschossen. Das war Tautau. Niemals. Okay, Tautau ist Traitor. Was willst du hier? Am Arsch. Ich wohne hier. Hotstar und Tautau, alles klar. Wohnst hier. Ja, Hotstar und Tautau. Weg da. Ich blitz dich, ich komme dran. Selber weg, du. Kannst du gar nicht, du bist Traitor. Ja, ja, ja. Guck. Guck. Ey. Weißt du, die Hauptleiter kann ein festen Beweis. Denk dran, wir haben nur 6 Folgen zum Blitzen, ne? Weil die siebte ist ein... Aua! Jetzt einfach in der Lust... Ne, der dritte ist ein so. Jetzt hast du aber krass was angeteasert. Haben wir doch schon mit dem Teaser, der letzte Woche kam. Der Teaser-Teaser. Und so... Du verengst ja quasi jetzt den Zeitraum, wann das kommen kann. Da wird's aber auch angekündigt. Ja, wann... Ja, ganz ehrlich. Und wenn dann überrascht sein, wenn's doch... Ja, wir haben auf der Game of Thrones Map einen Teaser gedreht. Wo... Wann wird der wohl kommen? Hm. Ey. Ihr macht's den Leuten auch zu einfach. Ihr habt keine Ahnung. Oh. Ich glaube, er ist da nur reingefallen. Hä? Was? Ich frag mich eher, wie ich hier oben gekommen bin. Ich hab nach vorne... Das wird diese tolle... Ohne Jetpack. Ich hab über meinen Kopf ein Proff geworfen, das stand aus. Ja, weil du hier oben... Äh, der Dringer! Der hier reingegangen ist, Tautau. Wenn du nicht auch Traitor bist, ist der hier Traitor. Okay. Geh du da ran, ich geh obenrum. Und dann sag mir, wem du entgegenläufst. Bin gleich tot, weil Granz mich ja schießt. Ich geh obenrum, Tautau, sag. Lebst du noch? Tautau, 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 Tautau. Okay, okay, okay. Doch, doch, doch! Da hinten kommt einer her, der Nils. Aber... Oh nein! Oh, knapp. Oh! Ja! Tautau, 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 Tautau. Tautau, 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 Tautau. Kundran ist es nicht, weil... Den hab ich gehört! Den hab ich gehört! Macht das vorher eigentlich Schaden? Ich bin noch nie reingegangen. Wenn ich tot bin, ist es übrigens noch Nils. Ah! Der andere. Zum Glück nicht. Oh, jetzt ist die Friendship. Kundran ist Inno, ich... Dalu ist Inno, Bossa und Shigo. Sie dürfen sich duellieren. Ja! Freude dich vor! Das ist Shigo. Das ist Shigo. Höchstwahrscheinlich. Ja, das ist Shigo. Ja, das ist Shigo. Ja, muss ja allein wegen dem Friendship. Da war ich ja mit Kundran und Maxi draußen. Amemaru eingekesselt. Ey, aber ich, ne. Dein Cheater-Heads. Fisku stand aber wirklich falsch an der Stelle. Äh, ich wusste ja nicht, dass du auf einmal nach hinten wirfst. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab wieder einfach nur in der Hänge laufen. Hab geguckt, was du denn so machst. Dann bin ich gestorben. Fade-Regel-D. Als Inno... Du hast Goro bei oder Autobuy? Autobuy ist ein Racing-Channel. Die hat automatisch Spätiger, wenn ihr wolle, er hat. So klasse... Das ist nicht sein Gebrauchtwaren-Händler-Geschäft. Das ist nicht sein Gebrauchtwaren-Händler-Geschäft. Höh? Klaute Autos. Autobuy, Autobuy. Autobuy. Kann man für FIFA-Münzen kauft. Autobuy für FIFA-Münzen. Oh, Goro. Dann hätte ich mit Goro gewartet. Ist jetzt endlich für dich raus. Goro hat doch schon den neuen FIFA gekauft. Echt? Beide zu viele Münzen, Autobuy. Oh, Gott. Oh, Gott. Bläste Chat. A random person will explodieren. Oh, Gott. Ich geh an Nils ran. Vielleicht explodier ich mal laufen. Niko. 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 Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wer explodiert, Leute? Ich hoffe... Bauer ist tot. Ist das der vielleicht? Der explodierte schon? Nein, Dalo. Oh, Dalo. Wer explodiert? Es ist McFly. Dalo ist es, Nils, du Spinner. Was? Ist einer explodiert? Nils ist es auch. Ja, echt? Guten Tag. Fuck. Hey, Dalo. Dalo schmeiß Granaten. Ja, Dalo ist es. Mach ihn. Okay, der ist im Hauptraum. Oh, oh. Dankeschön. Oh, oh. Hier willst du auch? Hast du noch Boomerangs? Ich glaube, hier ist nämlich gerade schon eine Explodierung. Das ist auch lustig. Hier ist noch ein Boomerang. Ah, ich hab schon. Gefühlt, snipen. Warte, ich muss kurz meinen Boomerang aufheben. Sekunde. Jetzt. Nein! Schiim! 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 Jeden andere verfallen. Schiim, übrigens ist Schiim mit was aber? Wer ist jetzt explodiert? Äh, aber ich glaube, Schiim muss explodieren, nachdem sie schon tot war, oder? Nein. Die Dingens, die geschossen wurde, die Melonen, die kam doch vor uns tot. Okay, ja, ja, okay, ja. Oh, Maxi ist raus. Ja, das war auch der Random. Irgendein random Spieler verliert die Internetverbindung. Offline für heute. Raus! Deswegen ist Gameflug auf dem TS, äh, DDoS sein. Ja, wenn der Random Tester benutzt wird, wird einer gedDoS. Ey, ey, Mann. Ich kann nicht aufreden. Ich weiß. Random Explosions? Ey! Das war schon witzig. Das war schon witzig. Eine gute Geschichte, ey. Sehr gut gemacht. Das war doch echt witzig. Offenlich werd ich's. Ey, Mann. Ich denk mir, dass da was ist jetzt, was ist jetzt für ein Event triggert. Ich bin super brav. Immer. Hallo? Ist das so ne Frage? Ich schieße McFly ab. Okay. Hab ich. Aber er war ja, es ist connect. Okay, Kondor und ein Messer? Ja, warte, wir können ja noch gucken, was er ist. Vielleicht war er sogar Traitor. Was ist er denn? Kondor und ich sind immer Inder. Ja, du hatten jetzt einen Inder. Ja, was, wenn du jetzt... Ja, aber einen, der sowieso nicht mehr wieder gekommen wär. Wenn er jetzt Traitor gewesen wäre, wär's doof gewesen. Wer hat denn hier das Messer? Wer hat denn kein Messer? Figo hat ne Shotgun in der Hand. Ich hab sie wieder wechseln. Dann nimm doch mal das Messer. Ja, hier. Das war jetzt direkt danach. Hier, nehmt das. Komm, wir können ja mal dazu zwingen, das Messer in die Hand zu nehmen. Okay. Tautau hat auch eins, das hab ich gesehen. Ja, ja, oder ihr beide seien. Ja, ich hab auch ein Messer, ich bin hinter dir. Ja, klar. Wieso hast du kein Messer? Der Schläger-Truck zieht los, ey. Zeig mal ein Messer. Ja, vielleicht war es ein bisschen zu früh. What's the monster? What's the boy? What's the boy? Der ganze Nacht. Da liegt eine Leiche immer oben. Was ist er mit mir? Da wollten wir ihn abstechen. Was? Kundra, du wolltest mich abstechen, Junge. Wir waren hier zu viel. Kondor, du hast nur daneben geschlagen. Tautau war nicht bei uns. Ey, Kondor wollte mich ab... Ich hab da nicht geschlagen, laber nicht. Lenk mich ab von der Leiche im Kno. Denk mich ab von der Leiche im Kno. Denk jetzt, die Leiche ist noch frisch. Wo bist du eigentlich hin, Dalu? Ich hab auch so ein Messer geworfen. Ne, das ist Nils. Verdammt. Ach, da ist es. Also wer war nicht bei uns? Ah, Dalu? Doch, Dalu war noch bei uns als süßes Leiche. Dalu lebt nicht mehr, so wie es... Ne, genau. Dalu reißt, ich hätte dir vorbeigelaufen. Da, da, da. Bozza ist es. Bozza. Das war doch bekannt. Come at me, bros, ey. Messer zur Schießerei, ey, weißt du? Das ist schlecht. Zwei Leute mit einem Messer zu schießen. Willst du nicht scannen, Nils? Aber wo war die? Oh, Shigo, Shigo, Nabu. Shigo. So. Shigo, lass mich. Ich hab Fade. Ich knall mich beide ab. Shigo, versteck dich. Ja, mach ich doch. Ich hab ein Radar vom Dete. Mit DNA-Scanner. Doch, Mann. Schade. Toll, du hast dich ja gut gesteckt. Der war genau über dir. Und durch das Loch konnte ich theoretisch sehen. Ich hab doch gesagt, ich hab nen DNA-Scanner. Da ist McFly wieder. Hallo McFly. Moin Moin. Bei der Random hing ins Disconnect. Ne, Computer gecrashed. Oh, ey. Das ist auch Blue Screen einfach, ja. Game Frick, ja. Einer, in drei Sekunden bekommt einer nen Blue Screen. Dann musst du dir erstmal riskieren, ob du drin bleibst. Ne, der Bildschirm ging einfach auf einmal alles aus. Also Bildschirm ging aus, aber Computer lief weiter. Und dann stand da No-Signal-Input. Und dann musst du einmal Bildschirm an- und wieder ausmachen. Ja, genau. Das wird's sein. Ne, der Ton ja ging auch weg. Es ging ja alles weg. Kein Pusten? Das ist wirklich die letzte Runde. Einmal die CD von Gary Smott rausnehmen und pusten und wieder rein. Oh, WTF! Das ist ein Free-Tour-Up. Ich seh ja jeden. Was? Ich seh jeden durch die Wand. Ja, wir haben alle einen Ding jetzt. Ja, durch die Wand. Ja, durch die Wand. Aber die Punkte vom Radar. Ja, genau. Das stimmt nicht. Das sind die Traitor. Ich hab das nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das sind wirklich nur die Traitor, weil die, die ein Radar haben können. Kundran. Ja, aber du hast... Ja, ich bin die. Er wollte Schilder töten. Kundran und Nils, Leute. Was hab ich dir getan? Hey, Fies. Und der andere ist Kundran noch. Der Freak. Also, wenn du das vielleicht verbessern könntest... Wieso? Du musst es ja nur nicht sagen. Ja, aber... Dann haben wir jetzt einmal den Kürzeren gezogen. Du hast doch eh mal den Kürzeren. Es sind nur die Leute, die das auch... Oh! Scheiß-Wall-Hacker! Wo ist er? Hallo, das aktualisiert ganz normal. Ich hab dich tatsächlich... Ich hab deine Taschenlampe gesehen. Hä? Hä? Das ist schon gut so, Game Freak. Da haben wir den Kürzeren gezogen, wie die Freunde... Hey, hey, hey! Der ist tot. Shit. Ja, was schießt du auch da mit mich? Ich wollt's probieren. Der Dete uns aus dem Gefängnis befreien, wenn er noch lebt. Da hast du keinen Kopf. Wo bist du, Maru? Der Dete ist tot. Hey! Da hast du ein Gefängnis befreien. Der Dete ist schon lange tot. Ach so. Verdammt. Nimm den Sparta-Kick und mach auf, hier. Maru, wo bist du? Der Dete auch noch drin ist. Äh... Das wäre doch doof, was zu sagen. Weil dann hört er ja auch, wo ich bin. Naja, stimmt. Dampf. Ich hab'n Radar. Ja, aber kein schnelles. Naja, da du gefangen bist scheinbar. Nee, ich wollt' ja raus aus dem Gefängnis. Ach, da ist er. Du hast die Hintertür raus. Ah, wo... Das ist wen. Der braucht ja ewig. Oh, warte, ich muss nachladen. Warte, warte. Äh... Ich fäng' den O-Dead-Kaut auf. Da war'n, äh... Grauf... Warte, boah. Ich hab' auch nicht mit dem Bumerang gestammt. Dann... Ah! Der Shotgun hab' ja... Nein, nein, nein! Haha! Kommt denn noch in die Ecke? Sehr gut! Bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao! Ciao!